So, moin moin, die Dieter Nuhrs überschlagen sich. MyLab hat, wie ihr sicherlich mitbekommen habt, ein Video über den Comedian und Satiriker Dieter Nuhr veröffentlicht. Und Dieter Nuhr hat selber nun ein Antwort-Video auf das Video von MyLab veröffentlicht, auf seinem privaten YouTube-Kanal, aber er hat MyLab mit keinem einzigen Wort erwähnt. Die Kern der Kritik ist wie folgt, Dieter Nuhr würde für seine Satire die Wissenschaft hervorziehen oder herbeirufen, ohne überhaupt wissenschaftlich zu agieren beziehungsweise Fakten zu ignorieren und die Wahrheit auch ebenso nicht anzuerkennen. Dieter Nuhr selber hat nun in seinem Antwort-Video damit eingeleitet, dass er den Philosophen Karl Popper hervorzieht oder herbeiruft sozusagen, um darauf aufbauend zu argumentieren, zu sagen, es gebe ja laut Popper ja gar keine wirkliche Wahrheit. Der Wahrheit ist es so eine Sache. Es gab mal einen Philosophen, der hieß Karl Popper und gilt bis heute als Experte für Wahrheit in der Forschung. Und der hat sinngemäß, also sinngemäß, sonst kommen gleich für die Faktenchecker, sinngemäß hat Popper gesagt, ach du Scheiße, geh mir weg mit Wahrheit. Popper meinte nämlich, rein erkenntnisphilosophisch kann man die Wahrheit eigentlich gar nicht erfassen. In einer Aufführung hat Dieter Nuhr das Robert-Koch-Institut kritisiert. Und MyLab hat das Ganze wissenschaftlich geprüft und wissenschaftlich argumentiert. Und hier ging es um die Fallzahlen und um die Todesrate. Und das hat MyLab in ihrem Video wie folgt kritisiert. Er hat recht, dass es bei Corona eine Dunkelziffer gibt und dass wir deswegen die Infektionssterblichkeit, also die Todesfälle geteilt durch alle Infektionsfälle nur schätzen können. Was das RKI oder auch die Johns Hopkins University berichten, ist die Fallsterblichkeit. Also der Anteil der Todesfälle unter den gemeldeten Fällen. Aber es wurde auch nie was anderes behauptet. Also im Gegenteil, gerade am Anfang wurde ja ständig darauf hingewiesen, dass zum Beispiel die Fallzahlen mit mehr Tests steigen werden, dass dafür die Sterblichkeit sind und so weiter. Also das RKI hat nie vorgegeben oder vorgetäuscht, die reale Infektionssterblichkeit zu wissen oder zu vermitteln. Also das stimmt schlichtweg nicht. Das muss ja irgendwie falsch verstanden haben. Und nun hat es die Antwort von Dieter Nuhr hier zugegeben. Dieter Nuhr hat dazu Folgendes gesagt. Ich glaube, ich habe mich als Comedian in der Tat auch nicht ganz präzise ausgedrückt. Ich habe das RKI kritisiert. Damals, die würden die Todesrate bei Corona aufs Komma genau angeben. Und das ginge gar nicht, habe ich gesagt, weil man ja gar nicht weiß, wie viele erkrankt sind. Und solange man nicht weiß, wie viele krank sind, weiß man auch nicht, wie viele der Kranken sterben. Das stimmt im Übrigen. Da tappen wir auch heute noch im Dunkeln. Aber, oioioi, dann kam der Faktencheck. Und in der Tat, das RKI hatte nur angegeben, wie viele der bekannten Infizierten sterben. Also der bekannten Infizierten. Und zu der Stickoxid-Sache bei den Kerzen hat Dieter Nuhr sich ebenso verteidigt. Er hat davon gesprochen, dass er ja aus dem Zusammenhang gerissen wurde. Und das wäre ja auch kein wissenschaftlicher Beitrag von ihm gewesen. Wir gucken erstmal, was MyLab hierzu gesagt hatte. Eine einzige Kerze erzeugt das dreifache des draußen erlaubten Grenzwertes. Ja. Das ist so. Ne. Und hier kommt auch schon die Antwort von Dieter Nuhr. Damals habe ich mich über den Stickoxid-Ausstoß einer Kerze lustig gemacht. Was natürlich der Kerze gegenüber unfair ist. Die kann ja nichts dafür. Egal. Und da haben die Faktenchecker sich, ich habe einen Satz aus meinem Bühnenprogramm so herausgeschnitten, als hätte ich einen wissenschaftlichen Vortrag über Stickoxid und Kerzen gehalten. Das war so gar nicht der Fall, weil eigentlich wollte ich nur pointiert herausstellen, dass viele glauben, dass uns der Diesel schon morgen an der Ampel umbringt. Dass das aber vielleicht vom Erregungsfaktor her etwas übertrieben war. Weil bereits eine Kerze große Mengen Stickoxid ausstößt. Es war Advent damals. Was auffällt, Dieter Nuhr erwähnt, MyLab mit keinem einzigen Wort. Er redet immer nur von den Faktencheckern. Und das ist natürlich auch eine ganz besondere Art der Diskussionskultur. Abseits davon sind die Kommentare unter seinem Video ausgeblendet bzw. gesperrt. Und die Bewertungen natürlich ebenso. Also die Bewertung ist auch aus. Also das ist jetzt der aktuelle Stand der Diskussion. Und das Ganze ging jetzt weiter. Mal sehen, ob das Ganze noch weiter gehen wird. In jedem Fall, Dieter Nuhr steht in der Kritik. Dieter Nuhr hat versucht, sich hier zu verteidigen. Ich bin gespannt, wie ihr das Ganze meinetwegen wissenschaftlich einordnen möchtet. Und ich bedanke mich für jegliche Form der Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Morgen, Mittag oder Abend. Bewertet ruhig das Video und bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl, euer Herr Newstime.